Die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes soll bis zum November 2020 in Kraft treten. In diesem Video stellen wir drei Änderungen vor, die für dich auf jeden Fall interessant sind, egal ob du schon Immobilieninvestor bist, es werden willst und oder selbst Mieter bist. Denn auch Mieter erhalten mit der Gesetzesänderung bestimmte Ansprüche, zum Beispiel Anspruch auf einen Stromanschluss für E-Autos, ganz aktuelles Thema, oder Anspruch auf Einbruchschutzmaßnahmen und Glasfaseranschluss. Wie diese Ansprüche durchgesetzt werden können und wer für die Kosten aufkommen muss, erfährst du hier im Video. Also, nach dem Intro geht es los mit drei Änderungen, die du kennen solltest, um erfolgreich Vermögen mit Immobilien aufzubauen und den Wert deiner Objekte effektiv zu steigern. Wir sehen uns gleich. Ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS-Firmengruppe zum heutigen Video. Du siehst, der Tisch ist etwas voller. Einerseits wieder Obst und Gemüse für die Gesundheit, aber auch eine süße Versuchung hier. Die Kollegen meinten es heute besonders gut. Vielleicht erwarten sie ein besonders langes Video. Aber wir haben versucht, es wirklich kurz zusammenzufassen, drei interessante Punkte herauszusuchen. Und das solltest du dir unbedingt anschauen. Denn das Thema ist wirklich interessant und spannend. Es geht um die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes. Die ist noch nicht endgültig verabschiedet, soll aber ab dem 1. November 2020 in Kraft treten. Und diese Novelle ist relativ umfangreich. Wir möchten dich hier natürlich nicht langweilen oder das Video zu lang machen. Deshalb, wie gesagt, drei Highlights und Schwerpunkte, die wir herausgesucht haben. Besonderen Dank an dieser Stelle möchte ich unserem Mitarbeiter Dennis aussprechen. Der war hier auf unserem YouTube-Channel auch schon in Videos zu sehen. Denn er hat gestern 150 Seiten Text gelesen, um die Inhalte für uns kompromiert hier aufzubereiten. Und ich finde das ganz großartig. Und wenn du das genauso großartig findest und auch dankbar bist, dich nicht durch 150 Seiten durcharbeiten zu müssen, dann gib uns gerne ein Like, ein Daumen hoch. Das spornt uns an und besonders auch Dennis für die Vorbereitung des nächsten Videos in der nächsten Woche. Denn dann kommt Teil 2 zur Reform des WEG, des Wohnungseigentumsgesetzes. Dieses Thema ist wirklich für jeden wichtig, der mit Immobilienvermögen aufbauen will. Denn meist werden zum Vermögensaufbau gerade am Anfang und in guten Lagen Eigentumswohnungen gekauft. Also nicht Mehrfamilienhäuser, sondern Eigentumswohnungen. Und du wirst als Käufer automatisch Mitglied einer Eigentümergemeinschaft mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben ja schon einige Videos gemacht, worauf du im Vorfeld bei der Objektprüfung gerade im Hinblick auf die Eigentümergemeinschaft achten solltest. Eines davon, eines der Videos verlinken wir am Ende hier. Mir ist klar, dass solch ein Thema nicht so attraktiv klingt wie reich mit Immobilien, in sieben Jahren zum Immobilienmillionär oder finanzielle Freiheit durch Immobilien und so weiter. Alles berechtigte Themen, aber es ist wie im Sport. Um das Ziel zu erreichen, Wimbledon zu gewinnen oder die Champions League, musst du dir viel Wissen aneignen und täglich im Training üben. Ernährung, Kondition, Technik, Taktik und so weiter. Auch alles langweilig. Du willst ja von den Massen gefeiert werden, Titel gewinnen. Aber ohne diese langweiligen Dinge klappt das eben nicht. Jeden Tag wieder Vorhand, Rückhand, Pässe, Torschüsse üben und so weiter. Deshalb schau dir dieses Video wirklich bis zum Ende an. Als Immobilieninvestor solltest du die Dinge kennen und wissen, die sich jetzt ändern und diese Dinge für dich nutzen. An dieser Stelle wieder unser Disclaimer. Wir leisten dir keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte, sondern wir geben lediglich unseren Wissenstand weiter, den wir uns hier angelesen haben. Bitte daraus keine konkreten Handlungen oder Maßnahmen ableiten. Im ersten Punkt geht es jetzt um bauliche Veränderungen, auf die jeder Eigentümer und Mieter Anspruch hat. Kompliziert wurde es bisher bei manchen baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums zur Folge hatten. Bei vielen Maßnahmen war man davon abhängig, dass wirklich alle Eigentümer zustimmen, was in der Praxis, gerade bei größeren Gemeinschaften, schwierig ist. Hier hat der Gesetzgeber nun nachgebessert, auch um die Umsetzung politischer Ziele, wie zum Beispiel Klimaziele, voranzutreiben. Konkret ist in der Reform vorgesehen, dass ein einzelner Wohnungseigentümer künftig einen gesetzlich verankerten Anspruch auf bestimmte Modernisierungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum haben soll. Zum Beispiel Maßnahmen, die Barrierefreiheit schaffen, die Herstellung eines Stromanschlusses für E-Autos, wie schon gesagt, oder Maßnahmen zum Einbruchschutz und einen Glasfaseranschluss. Diese Maßnahmen soll zukünftig jeder einzelne Eigentümer durchführen dürfen, unabhängig von der Zustimmung anderer Eigentümer. Der Gesetzgeber schränkt hier also zukünftig die Rechte der anderen Eigentümer ein, im Zweifelsfall auch deine Rechte. Die Eigentümerversammlung darf lediglich auf die Art der Durchführung der Maßnahmen Einfluss nehmen. Zum Beispiel beschließen, dass die Maßnahme von der Gemeinschaft, also dem Verwalter, organisiert wird. Gerade wenn es vielleicht um einen E-Anschluss geht, um den Überblick über die baulichen Anlagen der Gemeinschaft zu behalten. Allerdings müssen die Kosten logischerweise vom jeweiligen Eigentümer, der diese Maßnahme durchführen möchte, selbst bezahlt werden. Genauso sollen Mieter zukünftig diese Ansprüche gegen ihre Vermieter haben. Man sieht, der Ausbau der Elektromobilität soll massiv vorangetrieben werden. Wie dabei die technischen Probleme gelöst werden, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Wir haben eine Eigentümergemeinschaft in Berlin betreut, 36 Wohnungen. Und einer der Eigentümer hat also die Idee gehabt, einen Elektromobilitätsanschluss dort zu installieren für sein Fahrzeug. Und Wattenfall hat dann mitgeteilt, dass also die Spannung im Netz nur für einen Anschluss reichen würde. Also eine Station für E-Autos. Wie das bei 36 Wohnungen funktionieren soll in der Praxis, das ist mir sehr, sehr schleierhaft. Während die Ökobilanz von E-Autos zumindest umstritten ist, halte ich persönlich die Regelung für Maßnahmen zum Einbruchsschutz und zum Anschluss an das Glasfasernetz, gerade in Zeiten, in denen Homeoffice wichtiger wird und Barrierefreiheit bei einer alternden Bevölkerung für sehr sinnvoll. Als zweiten Punkt haben wir uns bei dieser Reform des Wohnungseigentumsgesetzes die Vereinfachung bei baulichen Veränderungen herausgesucht. Wie schon gesagt, bauliche Veränderungen waren bisher immer relativ schwierig durchzuführen und durchzusetzen, weil wirklich alle Eigentümer zustimmen mussten. Denn solche Maßnahmen bedeuten ja teilweise durchaus einen erheblichen Eingriff ins eigene Vermögen, da jeder Eigentümer einen Anteil am Gemeinschaftseigentum hat und besitzt. Mit der aktuellen Reform soll die Durchsetzung bestimmter baulicher Veränderungen nun deutlich vereinfacht werden. Zum Beispiel dadurch, dass bauliche Veränderungen künftig unter bestimmten Voraussetzungen mit einfacher Mehrheit beschlossen werden dürfen. Politisches Ziel ist unter anderem auch wieder, Dämmmaßnahmen zu erleichtern, um Klimaziele zu erreichen. Voraussetzungen, wenn eine einfache Mehrheit reichen soll, ist unter anderem, dass kein Eigentümer durch die Baumaßnahme unverhältnismäßig benachteiligt werden soll. Die Interessen der einzelnen Eigentümer spielen zwar nach wie vor eine Rolle, aber es soll durch die Reform verhindert werden, dass einzelne Eigentümer sinnvolle Maßnahmen durch ihr Vetorecht blockieren dürfen. Wer muss die Kosten tragen? Wenn sich die Kosten der baulichen Maßnahmen, insbesondere bei energetischen Maßnahmen, innerhalb eines angemessenen Zeitraums, so heißt es hier, amortisieren, das heißt wirtschaftlich rechnen, sollen alle Wohnungseigentümer die Kosten gemeinschaftlich tragen. Gleiches gilt auch für Maßnahmen, die das Gemeinschaftseigentum in einen zeitgemäßen Zustand versetzen, so heißt es. Auch dann müssen sich alle Eigentümer an den Kosten beteiligen. Ich habe überlegt, was das in der Praxis sein könnte als Beispiel und mir fielen Sprechanlagen ein. Zum Beispiel Türklingeln, wo man dann eben entsprechend unten sagen kann, wer vor der Tür steht. Oder Zweifachverglasungen statt Einfach, wobei sich das dann auch rechnet, also diese erste Voraussetzung wieder erfüllt wäre. Andere bauliche Veränderungen sind nur von den Eigentümern zu zahlen, die für die bauliche Veränderung gestimmt haben. Umgekehrt sollen aber auch nur die zur Nutzung berechtigt sein. Wenn ich mir den Wortlaut so anschaue, kann ich mir schon wieder vorstellen, welche Streitigkeiten und Rechtsfälle diese Formulierungen nach sich ziehen. Ich hoffe, der Gesetzgeber konkretisiert das hier noch, damit Klarheit herrscht, was genau gemeint ist. Als Beispiel dafür fällt mir der Einbau eines Aufzugs ein. Nehmen wir an, einige Eigentümer sind dafür, einen Aufzug einzubauen. Gerade aus den oberen Stockwerken, die anderen eben nicht, in den unteren Stockwerken. Und diese Eigentümer zahlen auch dafür, nicht die Gemeinschaft. Dann dürfen eben auch nur diese Eigentümer den Aufzug nutzen. Nun kann man sich hier im Einzelfall darüber streiten, ob dadurch einzelne Eigentümer unverhältnismäßig benachteiligt werden. Zum Beispiel durch Geräusche, Verschattung und so weiter. Das heißt, ob hier wirklich mit einfacher Mehrheit ein rechtskräftiger Beschluss herbeigeführt werden kann, einen Aufzug zu installieren. Ziel der Novelle ist sicherlich, Modernisierungsstaus in Eigentümergemeinschaften aufzulösen. Gleichzeitig gilt es natürlich, die einzelnen Eigentümer finanziell nicht zu überfordern. Nach Inkrafttreten der Reform wird die Herausforderung also sein, sinnvolle Sanierungspläne aufzustellen und die Finanzierung der Vorhaben zu sichern. Ein Tipp an dieser Stelle, den ich schon öfter in Videos erwähnt habe. Bring in deinen Eigentümerversammlungen bezüglich der Finanzierung von größeren Maßnahmen auch die Möglichkeit mit ein, dass die Eigentümergemeinschaft als Ganzes Kredite aufnehmen kann. Diese Möglichkeit hat der BGH vor einiger Zeit in einer Entscheidung auch bestätigt und wir haben das auch schon bei Gemeinschaften erlebt. Vielleicht denkst du, bloß keinen Kredit. Aber was macht es zum Beispiel für einen Sinn, hohe Sonderumlagen für ein Dach zahlen zu lassen, das dann 70 bis 80 Jahre hält? Die Eigentümer müssen eventuell teure Kredite selbst aufnehmen oder werden sogar gezwungen, ihre Wohnungen zu verkaufen. Viele Hauseigentümer finanzieren solche Maßnahmen über günstige Darlehen und genauso kann es die WEG auch machen. Und durch die Energieeinsparung, zum Beispiel bei einem neuen Dach, amortisiert sich das Ganze auch noch zum großen Teil. Ein neues Dach mit Darlehen zu finanzieren, ist auch wirtschaftlicher, als alle zwei Jahre das Dach für fünfstellige Beträge zum Beispiel zu reparieren, was ich auch schon erlebt habe. Eine weitere Herausforderung wird dann sein, Handwerker zu finden, die freie Kapazitäten haben, die Arbeiten auszuführen. Wer schon mal Handwerker gesucht hat, aktuell, der weiß, wovon ich hier spreche. Als dritten und letzten Punkt für dieses Video haben wir uns die Änderungen bei den Befugnissen und Kompetenzen des Verwalters angeschaut. Der Verwalter hatte bzw. er hat oft eine undankbare Rolle. Er weiß auf der einen Seite, dass bestimmte bauliche Maßnahmen wirklich notwendig sind und anstehen. Oft wird ihm das von Eigentümern oder auch Mietern zugetragen. Aber auf der anderen Seite braucht er für die meisten Maßnahmen einen formalen Beschluss der Eigentümerversammlung. Und kann eben nicht selbstständig handeln und entscheiden und Dinge in Auftrag geben. Ausgenommen sind nur wirkliche Notreparaturen. Nun ging es bei der WEG-Novelle im Vorfeld darum, ob die Verwalterbefugnisse erweitert werden sollten. Die Eigentümerverbände hatten in der Diskussion Sorge, dass die Rolle des Verwalters gegenüber den Eigentümern zu stark werden könnte. Der nun gefundene Kompromiss sieht vor, dass der Verwalter in eigener Verantwortung und ohne Beschluss der Eigentümerversammlung nur befugt ist, Maßnahmen zu treffen, die die ordnungsgemäße Verwaltung betreffen, die eine untergeordnete Bedeutung haben und die nicht zu langfristigen erheblichen Verpflichtungen der Gemeinschaft führen. Was könnte das sein? Sicherlich nicht der Austausch eines älteren, aber funktionierenden Aufzuges, aber durchaus der Austausch von Rollen an den Aufzugstüren oder die Umstellung des Notrufes im Aufzug von analog auf digital. Das so war als Beispiel aus meiner Sicht. Neu ist mit der Reform auch, dass die Wohnungseigentümer ihrerseits nun die Möglichkeit haben, durch Beschluss die Zuständigkeiten des Verwalters zu erweitern, aber auch einzuschränken. So soll eben sichergestellt werden, dass die Wohnungseigentümer Herr im Haus bleiben und nicht vom Verwalter nach Belieben nominiert werden können. Die WEG-Reform ist noch umfangreicher, sie hat noch mehr zu bieten, aber wie schon gesagt, damit dieses Video nicht zu lang wird, haben wir das Thema in zwei Videos aufgeteilt. Und nächste Woche geht es unter anderem um die interessante Frage, ob und wie Eigentümerversammlungen endlich in digitaler Form stattfinden können, damit mehr Eigentümern die Teilnahme ermöglicht wird. Sehr spannend, auch eine Sache, die ich schon lange befürworte. Außerdem geht es um Änderungen beim Beirat, bessere Transparenz und Einsicht in die Vermögenslage und Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft und wie Kostenschlüsse künftig verändert werden können. Alles sehr, sehr wichtig für dich als Investor. Und damit du dieses spannende Video nächste Woche und auch alle weiteren Videos auf unserem Channel hier nicht verpasst, lade ich dich herzlich ein, uns hier zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Das hilft nämlich, dass dir jedes Video wirklich angezeigt wird. Was ist mein Fazit zu den angesprochenen Punkten der Reform? Insgesamt ist die Reform aus meiner Sicht zu begrüßen, weil das Wohnungseigentumsgesetz nun den aktuellen und zeitgemäßen Anforderungen besser entspricht. Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums wird erleichtert und Aufgaben und Rollen klarer definiert und blockierende Einzeleigentümer in Zukunft verhindert. Manche Investoren, die größere Summen investieren wollten, haben in der Vergangenheit auch im Gespräch mit uns, wenn es um den Kauf einer oder mehrerer Eigentumswohnungen ging, nur deshalb nicht gekauft, weil sie schlechte Erfahrungen mit Entscheidungsprozessen innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft gemacht hatten, obwohl ihnen die Objekte grundsätzlich gefallen hatten. Das kann ich grundsätzlich auch nachvollziehen, denn ich war auch schon auf vielen Eigentümerversammlungen, habe da so meine Erfahrungen gemacht. Bei unseren Objekten ist das allerdings aus verschiedenen Gründen anders, aber es gibt wirklich grausame Eigentümergemeinschaften. Blockaden und Vetorechte, mit denen einzelne Eigentümer in der Vergangenheit Gemeinschaften blockiert haben, werden nun durch die Reform stark eingeschränkt. Das könnte dazu führen, dass der Erwerb von Wohneigentum zukünftig attraktiver wird, auch im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mich das Management und die Verwaltung meiner Eigentumswohnungen einen Bruchteil derzeit kosten, die meine Mehrfamilienhäuser in Anspruch nehmen, obwohl ich dort fast überall externe Verwaltungen zusätzlich beschäftige. Gerade also für den späteren Lebensabschnitt, wenn man als Investor zum Beispiel reisen möchte und sich aus Neuseeland nicht ständig um seine Objekte kümmern mag, sind Eigentumswohnungen passend, weil weniger arbeitsintensiv. Und die werden eben durch diese Reform noch attraktiver. Zum Schluss interessiert mich wie immer deine Meinung. Welchen der drei Punkte, über die wir hier gesprochen haben, findest du besonders spannend und wichtig? Den Anspruch, den einzelne Eigentümer und Mieter nun auf bauliche Veränderungen haben oder die Vereinfachung baulicher Änderungen ohne Allstimmigkeit in der Wohnungseigentümergemeinschaft oder die erweiterten Befugnisse des Verwalters, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns dort immer über einen regen Austausch. Und wir freuen uns natürlich auch, uns mit dir auf Instagram und Facebook auszutauschen. Dort gibt es immer wieder Bilder aus unserem Alltag und nützliche kleine Hinweise. Also herzliche Einladung an dich, uns auch dort zu folgen und zu begleiten. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos vorbereitet. Einmal das WEG-Thema. Das Video heißt Wertverlust durch Miteigentümer. Diese drei Fehler kosten dich eine Menge Geld und für deine Motivation auch das Video in sieben Jahren zum Immobilienmillionär, ein Interview mit einem unserer Mandanten. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis bald, dein Heiko Klaschewski.